So Leute, wir sind jetzt gerade hier beim Interview mit Barack Obama. Barack, wie geht's dir? Yeah, I'm good, mein Nigger. Die Regie meldet sich gerade, wir haben noch einen interessanteren Gast da, und zwar Haptic Rush. Hey, wie geht's dir? Das war so schlecht. Lehmt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier zu einem neuen Video mit mir und diesem Bastard hier. Basket YouTube, die Reimkette war sick wie ein kaltes Bier. Sick wie Krankenhausbesucher. Weiter. Oh Gott. Wir haben heute was ganz Besonderes vorbereitet für die Zuschauer, die da hinten, das sieht man auch schon da hinten. Siehst du den? Der winkt schon. Ich fick dich nachher. Du weißt Bescheid? Du schuldest mir noch Geld, du Hundesohn. Auf jeden Fall, was haben wir uns heute vorbereitet? Wo ist mein Geld? Ja, wir haben uns jetzt heute diese Marshmallows hier mitgebracht. Ihr müsst euch das anschauen. Das sind die härtesten Marshmallows. Die habe ich vor 5 Monaten in dem Video benutzt. Ihr müsst euch vorstellen, ich sag zu ihm, dass wir irgendwas mit Marshmallows machen, ohne Scheiß, er macht so die Schublade auf, deswegen einfach Marshmallows in seinem Zimmer. Das war Schicksal. Egal, was heute kommen wird. Möge! Also wir spielen Wer bin ich? Bei jedem Nein kriegt man eins in den Mund, deswegen wird es natürlich immer schwieriger Fragen zu beantworten. Formulier das bitte anders. Okay, bei jedem Nein kriegt man was Weißes in den Mund, weil ähm... Mach weiter. Und dann wird es natürlich immer schwerer, die Fragen zu beantworten. Jeder hat sich jetzt für den anderen einen Charakter ausgesucht. Wir machen es mit YouTubern, würde ich mal sagen. Ich würde sagen, mit YouTubern. Link zu meiner Challenge, die ich heute gleichzeitig hochlade, ist ganz oben in der Videobeschreibung. Aber die Frage ist nur noch, wer fängt zuerst an? Das können wir mit einem Xing-Shang-Shong lösen. Xing-Shang. Apropos Schelle, Link zu meiner Challenge, die ich heute gleichzeitig hochlade, ist ganz oben in der Videobeschreibung. Da habe ich mehr als 200.000 Abonnenten. Nein. Muss man Chubby Bunny sagen? Black Ops 3. Die sind so hart, das ist nicht normal. Ich habe schon versucht, die weich zu kneten, Alter. Das kam so falsch. Jetzt mach wieder. Bin ich ein Gaming-Youtuber? Ja. Bin ich ein Minecraft-Youtuber? Nein. Black Ops 3. Aller sind so groß, ne? Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich älter als 20 Jahre? Nein. Black Ops 3. Bin ich COD-Youtuber? Warum bin ich so dumm? Ja! Bin ich für meine guten Live-Gameplays bekannt? Nein. Fuck. Black Ops 3. Bin ich für meine Gameplays bekannt? Ja. Mensch, Marcel, da hast du wieder mal einen richtig schweren ausgesucht. Ich habe mich selber verarscht. Habe ich schon mal ein Video mit Marcel Skorpion gemacht? Ja. Habe ich schon mal mehr als ein Video mit Marcel Skorpion gemacht? Nein. Ich weiß nicht. Ja? Bin ich seit über drei Jahren auf YouTube? Ja. Habe ich mit HapticRush schon mal ein Video gemacht? Das Schlimme an der Frage ist, ich habe mit sehr, sehr wenigen Leuten was gemacht. Und dann hat er direkt die Antwort. Habe ich eine Vollie für Snickers-Eis? Ja. Ja, erste Runde geht an mich. Dann vermutlich war ich, ich bin Ellochix. Ein Spaß. Das ist ja... Das ist ja... Ich bin Danny Burnage. Richtig, richtig. Bin ich COD-YouTuber? Nein, bin ich weiblich. Oh, was für eine Überraschung. Zeige ich denn Games auf YouTube? Nein. Nein, das kann ich nicht so schnell gehen. Black Ops 3. Oh, shit. Hier kann man auch noch ersticken, wenn die Sache hat. Stimmt. Bin ich jünger als 20 Jahre. Nein. Was für eine... Boah, man hat so lange nachgedacht. Soll ich was im Spaß. Eine Finte. Was? Eine Finte? Was ist eine Finte? Black Ops 3. Was für eine Flinte? Die Remedy... Aua. Mach ich so ein... Kennt ihr schon meine neue, Herr Picke? Mach ich Challenge-Videos? Ja. Habe ich über eine Million Abonnenten? Nein. Ohne zu kauen? Nein, ich muss für den kauen. Du Basterd. Mache ich auch Gaming-Videos? Habe ich einen Bart? Ja. Habe ich insgesamt mindestens 1000 Minecraft-Videos? Nein. Du bist nicht gronk. Oh, fick dich. Mir ist frisch. Black Ops 3. Wer hat noch einen Bart? Ich habe alles vergessen. Habe ich noch nie ein Video mit Marcel Skorpion gemacht? Nein. Also du hast eines gemacht. Du hast es falsch gefragt. Du hättest Fragen. Nein, ich wollte schon so rumfragen. Ich dachte... Black Ops 3. Das ist der vierte, ne? Wie kannst du noch reden? Kannst du noch reden? Nicht nur richtig. Ich nehme schon einen Marshmallow in die Hand. Ich habe schon aufgegeben im Kopf. Hör auf, kann ich lachen, Digga. Das ist wörterlich. Bin ich er noch zu? Hat er einen dunklen Bart, oder was? Oh, er hat einen blonden Bart. Ich habe noch nie gerne gemacht. Ich habe noch viele Freunde nach Rita's Challenges. Ich bin nicht unzumfass. Du Hundesohn! Ja! Du Bastard! Oh mein Gott! Auf einmal? Ja! Auf einmal? Ich dachte erst... Ich bin Commander Krieger. Ja! Du Bastard, Alter! Ich will euch jetzt ausdrücken. Du hast Bock gemacht. Hat extrem Bock gemacht, zweimal zu verlieben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Lasst auf jeden Fall ein Like dafür da. Checkt die andere Challenge noch aus, damit ich auch ein paar Klicks bekomme. Wir haben uns auf jeden Fall extrem viel Mühe gegeben diesmal. Darum würde ich mich extrem drüber freuen, wenn ihr mehr auf sowas Bock habt. Ich probiere mehr als gestern Nacht, euer Kahn. Ciao. Wechsele das Magazin!